Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chest Opening Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Ja, nun wollen wir einmal mal wieder gucken, ob wir es nur noch schaffen, wie ich es schon im Stream gesagt habe, ob wir vielleicht noch die 480 knacken. Vielleicht bekommen wir sogar ein gutes Item, ne, meine lieben Freunde, wer weiß, wer weiß. Wir gucken einfach mal rein, ob wir Glück haben oder nicht, ne. Ich meine, das ist jetzt wirklich nicht mehr groß wichtig, aber ich will es halt trotzdem nochmal wissen, ob ich Glück habe oder nicht. Ja, ein Beinplatten sieht jetzt erstmal nicht so toll aus, ne, aber hier haben wir nochmal, ja, obwohl, ja gut, hier ist wieder Meisterschaft aus allen Quellen, ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Hier haben wir nochmal Tempo aus allen Quellen, ne, ist eigentlich geil, muss man sagen, ne, also Meisterschaft habe ich relativ viel, Tempo habe ich relativ wenig, so, wenn ich jetzt überlege, so, ich ziehe den an, ne, jetzt habe ich ein bisschen weniger Mastery, jetzt habe ich aber richtig nice Tempo. Hier war nochmal, äh, Meisterschaft mit drauf, da können wir dann hier aber einfach sagen, äh, nochmal schön Kritzockel auf jeden Fall reinballern, dann sieht das Ganze hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, ähm, geschmeidig aus. Mir gefällt's, mir gefällt's, ganz ehrlich, ähm, hat zwar jetzt nichts am GS gebracht, aber hat hier auf jeden Fall nochmal eine kleine, ähm, Änderung, äh, im Bereich Tempo mir gebracht. Wenn ich dann, wie gesagt, jetzt nochmal, ähm, Meisterschaft quasi, ähm, oder, ähm, Kritzockel, na, dann sieht das Ganze hier eigentlich auch relativ gut aus. Gefällt mir, gefällt mir, was haben wir hier eigentlich für einen Key bekommen? Mechagon, Schrotti, ja, wir haben diese Woche wieder mal eine Easy Push Week, heißt hier tyrannisch, Bosse machen mehr Schaden, wimmelt ein paar mehr, Eds stehen da, vulkanisch, und ja, was soll man dazu sagen? Easy Push Week, meine lieben Freunde, heute Abend auf jeden Fall um 18 Uhr, äh, werden wir wieder mal ein paar Keys mit euch laufen. Und nun locken wir einmal um auf meinen Droiden und schauen mal da, wie dort seine Weekly Chest aussah. So, dann würde ich mal sagen, werfen wir mal einen getrulten Blick in diese wunderbare Kiste. So, wir haben hier ein Kronsteiger-Anwesen, eigentlich echt nice, ne, nochmal ein bisschen Artefakt macht, uh, ein bisschen Titan-Residium, obwohl ich da eigentlich, glaube ich, gar nicht sehr brauche mit dem Droiden. Na, so, jetzt haben wir hier Schuhe, ne, was haben wir hier drauf, das ist immer nochmal so die geheime Frage, lohnt es sich oder nicht? Na, Crit und Tempo, ne, hier ist sehr viel Tempo drauf. Ja, gut, für den Droiden hat es sich nicht gelohnt, den Key, den kann man sogar spielen, der ist relativ schnieke. Ja, gehen wir noch einmal weiter, alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Nun haben wir noch unseren Paladin und dann haben wir das Ganze für die heutige Weekly Chest auch wieder erledigt und können da einen Haken hinter machen. Und zur guter Letzt, ja, ist nun der Paladin dran, ob da jetzt noch was Gutes drin ist oder nicht, das sehen wir jetzt, wenn die Kiste aufgeht. Ja, die Kiste ist aufgegangen und wir sehen eine Hose mit Crit und Meisterschaft, ne, Lebensraub. Ja, ich würde mal sagen, Crit-Vielseitigkeit ist da schon wesentlich geiler. Ja, ja, nice, brauchen wir nicht. Ja, weil die Kiste eigentlich, abgesehen für den Krieger, relativ enttäuschend diese Woche. Ja, schreibt mir gerne, wenn ihr noch möchtet, wieder einfach rein. Wie war eure Weekly Chest? Hat es sich noch irgendwie so ein bisschen gelohnt? Wie gesagt, es neigt sich ja jetzt alles dem Ende. Ich denke mal, nächste Woche dürfte der Pre-Patch kommen. Das heißt, dann heißt es neue Skillung. Wir werden dann Level 50 vielleicht auch erst am 7. Oktober mal sehen, an welchem Tag nun der Pre-Patch released wird. Auf jeden Fall versuche ich trotz alledem immer noch zu gucken, dass ich hier und da noch was Geiles aus meiner Weekly Chest rausziehe, meine lieben Freunde. Bis dahin auf jeden Fall sage ich, wünsche euch auf jeden Fall, falls ihr dieses Video sehen solltet und eure Kiste nicht aufgemacht hat, guten Loot noch in eurer Weekly Chest. Ich hatte mit dem Krieger relativ gutes Glück, mit den anderen beiden Charakteren leider etwas Pech, aber ist auch nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr jederzeit gerne unten rechts hier einmal auf Abonnieren drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.